Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei dieser Fünftes Erbe der Könige. Ich bitte, die letzten paar Tage der Ausfälle zu entschuldigen. Ich muss mich nach wie vor noch ein bisschen auf die Klausuren und Prüfungen und alles, was noch in der Uni gerade ankommt, fokussieren. Aber, wir setzen uns diesmal an eine kleine Herausforderung. Wir versuchen, eine unschaffbare Karte zu schaffen. Knack mich von Mordred. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass sie eigentlich praktisch nicht zu gewinnen ist. Wurde aber schon ein paar Mal geschafft von Leuten. Wir wollen es dem anschließen. Ich habe sie selber noch nie ausprobiert, das heißt, ich bin da wieder absolut blind in der Hinsicht. Und dann können wir gespannt sein. Das sieht jetzt schon nicht schön vor uns aus. In einer Festung verwahrt liegt ein unglaubliches Wort. Super Kali-Frage-Listik-Expiali-Getisch. Wer es schafft, an dieses zu gelangen, soll sich bitte bei SiddalMap.de melden. Ich glaube, ich werde das Wort nachher rauszensieren müssen, damit keine derartigen Ankündigungen durchkommen. Kein Problem, sagt Dario. Wir sind über 30 Mann stark. Dieser Steinhaufen wird uns keine Minute lang widerstehen. Dario, du bist ein Idiot. Ich will keine Abelisten schützen. Das wäre eine Katastrophe. Ein neuer Auftrag. Es gibt einen neuen Auftrag für euch, mein Lord. Gut. Uhr an. Quick Save. Erste, erste Laktion ist, die Informationen zu sammeln. Wie wollen wir da durchkommen, verdammt? Wir haben Erik dabei. Die Schwertkämpfer sind leider absolut nutzlos bei der ganzen Angelegenheit. Die werden halt einfach massakriert werden. Oh, shit. Hier sind schon Türme. Greif mal an. Ihr wagt es. Folgt mir, Brüder. Salen. Helden am Leben halten. Ach, du Scheiße. Das geht nicht nach Plan. So, komm. Zerstören. Helden kippen gerade um. Ah, du schaffst das. Schick mal den Banditen rüber. Die können bei dem letzten Turm helfen. Ihr faggt es. Halt, 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 zurückziehen jetzt alle. So gut ich kann. Jetzt erstmal alle zurückziehen und regenerieren. Wie ihr wollt. Jawohl, gut. Euer Wunsch ist mir ein Befehl. Gut. Einen Turm haben wir schon mal. Jetzt warten wir, dass wir unsere Truppen wieder ein bisschen verstärkt. Denn in allen Ernstes, mit den Schwertkämpfern werden wir wenig ausrichten können gegen die Türme. Die werden einfach weg massakiert werden. Ah, natürlich stärken unsere Gegner auch immer weiter. Wir dürfen nicht zu lange warten. Ihr solltet die Wäsche... Hätten wir Drake, könnten wir Stück für Stück die Belagungskanonen ausschalten, um uns schon die Sachen zu vereinfachen. Wir haben ihn aber nicht. Wir werden Helias auf jeden Fall brauchen. Also Helias wird auf jeden Fall feindliche Truppen bekehren müssen, um uns zu verstärken. Weiter zurückziehen. Helias. Bekehrt ihn mal. So, die Reise restet mit in Bewegung. Bleibt in Bewegung. Kämpft nicht gegen die. Wir wollen die vollständig. So, sind unser. Wie ihr wünscht. Flieg! Dario blinkt schon wieder, das heißt, es kommt schon noch Feinde irgendwoher. Ah. Verdammt. So, Helias, wie sieht es gerade bei dir aus? Äh... Bald wäre gut. Alles klar, bleibt alle in Bewegung. Dario, pass auf, kannst du gleich... Nein, kannst du noch nicht vertreiben. Ah, das bringt gar nichts. Halt, bleib hier unten. Dafür sind wir genau die Richtigen. Helias, Diabolisten schützen. Die möchten wir haben. Greifst alle, kämpft alle dagegen. Helias, kommt hier rüber und du bekämpfst dich, Diabolisten schützen. Und es kommt. Genau deswegen. Wie ihr befehlt. Halt. Ah, toll, jetzt müssen wir die hier aufschalten. Eric, geh da rein. Für die Ehre. Schwerst, der Fall bleibt zurück. Truppen bleibt generell zurück. Eric, geh ein bisschen mittiger. Und der wird schlagen. Ihr zieht euch zurück. Auf in den Kampf. Euer Wunsch ist mir befehlen. Euer Wunsch ist mir befehlen. Genau deswegen solltet ihr euch zurückziehen, verdammt. Wir müssen den Truppen mal gruppieren, damit wir die nicht unter Kontrolle halten. Ihr seid Armee 1, die Schwertkämpfer. Sie durchwenden in die Ecke zurück. Die am besten Schützen kümmern sich schon darum. Ihr werdet angegriffen. Die Reiter, könnt mal da rüber gehen. Wie ihr befehlt. Helden. Kommt halt zusammen. Armee 2. Wenn Gott es so will. Ja, mein Herr. Für Ruhm und Ehre. Ach komm, wir nehmen, was wir kriegen können. Halt, halt, halt. Nein, nein. Könnt ihr mal die Position halten. Halt, eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wobei, es ist halt auch die Sperrträger, die massakrieren wir ein. Also, was versteht ihr im Wort Position halten nicht? In Ordnung. Eine eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen die Hand. Wir warten, ob das für gute Truppen bekommen, die wir uns klauen können. Ich bin schon unterwegs. So, die Reiter sind jetzt schon mal Armee 3. Die Schützen. Armee 4. Dann haben wir schon jetzt alles und ein bisschen unter Kontrolle. Flieg und zeig uns, was du siehst. Die bauen den Scheiß wieder auf. Ich hasse euch. Es regnet. Wo sind die Bastardschwertkämpfer, die wir hatten? Halt. Nee, wir hatten uns die Reiter gut, die Bastardschwertkämpfer. Stimmt. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Mit Freuden, Sidi. Wir müssten uns an Leibeignung bekehren. Einer eurer Helden wird angegriffen. Na gut. Und sind unter. Wir erledigen das. Armee 1. Zieht euch hier zurück und haltet eure verkackte Position. Helden. Da drauf. Bei Armee 1 kann es mit kämpfen. Schützen. Auf die Berittung schützen. Helden unter Kontrolle bleiben. Ja, mein Herr. Armee 1. Hier. Ich tue mein Bestes. Wir machen kurz einen Quicksave. Speichern wir jetzt unser bester Freund. Ja, gern. Natürlich. Was wir gerade machen müssen, ist Positionenheimskampf halten. Ich gebe mein Bestes. Und uns langsam Schlagkraft ansammeln. Fliege und zeig uns, was du siehst. Jetzt kommen wir Feinden da aus näher. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ja. Jawohl. Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. Gut, sie schießen nicht auf Helios. Das ist gut. Komm zurück. Komm nicht weg. Ach, toll. Immer in ein paar Schützen mehr als vorher. Armee 4. Armee 4. Position halten. Also Hilda ist gerade unser wertvollster Held, würde man sagen. Ja, jetzt beleidige mich nicht auch noch. Ich habe dich gerade gelobt. Du Arsch. Wir können schon mal sicher sein, die Truppen, die wir rekrutieren, sind alle für uns bestimmt. Das ist schon mal sehr nett. Hilda, es beil dich. Ja, ihr seid nicht wirklich, was wir haben wollen. Hey, du gehst nicht in den Kampf. Ja, gerne. Ja, einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ja, Menor. Jawohl. Auf in die Schlacht! Sperr, es wird sich lohnen, unsere Bekehrung dafür zu verschwenden. Ja, Menor. Wie ihr wünscht. Wir setzen alle anderen Helden kurz mal so zusammen, damit die, die in den Angriff fassen. Damit die, die mit dir Angriffe einfangen. Okay, ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. Ja, gerne. Du Arsch, gehst jetzt die Schaflitz bequeren. Ich kann es besseren belehren, mein Sohn. Oder das, was sie für den übrig haben werden. Okay, sie haben hier das angegriffen. Ihr Elendigen. Selbstverständlich. Ich gebe mein Bestes, wie ihr will. Jawohl. Ja! Ja! Stopp! Wir müssen unsere Schützen ein bisschen weiter nach hinten zerschießen, um alles, was wir haben wollen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Sofort! Wir bleiben hier. Angriff! Eine eurer Helden wird angetauscht. Wir wollen ein paar Ferienkämpfer und Helden ist sowieso nicht regeneriert. Wie ihr wünscht. So gut ich kann. Ich gebe mein Bestes. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir gehen mal hier so in die Richtung. Wenn ihr weint. Jawohl. In Ordnung. So soll es sein. Ari muss natürlich auch ein bisschen zurückbleiben, weil sie natürlich Fernkämpferin ist. Sie hält die Position. Wie ihr wünscht. Natürlich. Wir machen jetzt einen Quicksafe, weil wir doch ein paar Truppen bekommen haben wieder. Wir machen jetzt jeder Truppe, die wir gewinnen, einen Quicksafe. Die sind es nicht wirklich wert. Später haben die angewunden, um zu schnell zu sterben. Wir warten, wenn wir auf die nächste Truppe, die ankommt. Wir warten, wenn wir auf die nächste Truppe, die ankommt. Das ist sehr gut. Dario, sag uns mal, was in diese Richtung hier so brennt. Die brauchen wir nicht wirklich. Und unsere Schützen sind natürlich unglaublich aggressiv drauf. Das kann ich. Wir bewegen unsere Schützen mal ganz kurz und die Ecke jenken, damit sie nichts anfassen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Sofort. Es regnet. Halt. Natürlich, wie ihr wollt. Ähm. Habt ihr gerade ein Kanönchen gesehen? Ja, selbstverständlich. Ja, gern. Jawohl. Ja, gern. Ja, gern. Angriff. Jawohl. Hey, das ist an mir fast schlecht. Gut, macht die Platz. Geht mit dem Sägen des Herrn. Es wird wieder wärmer. Dicken Mäntel können nun weg. So, wenn Telers mal attackiert. Ja, Helers wird immer noch gefokust. Da können wir nichts merken. Helers wird immer noch gefokust. Zieh ich mal zurück, Helers. Ihr. Haltet hier die Position. Ist kampfunfähig. Selbstverständlich. Die Kanone ist unter Phelias. Ich hasse euch alle. Wie ihr wünscht. Lässt die Kanone hin. Das weiß ich jetzt in Ruhe. Ja, lässt sie. Okay. Lass dich eines besseren belegen, mein Sohn. Kämpft ihr jetzt dagegen? Der See wird unser sein. Erek. Wirbelschlag. Die Kanone ist unser. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Mal gucken, ob wir sie retten können. Wir greifen ihn an. Jetzt wäre er Salm-Teilung angebracht gewesen. Salm wurde überwältigt. So, hebe Salm kurz auf und dann zieht euch zurück. Jawohl. Selbstverständlich. Ja, gern. So gut ist. Ja, gern. So gut ist. Wie ihr. Wie ihr es mit ein paar Scharfschützen als nächstes. Das ist immer gut. Kanone ist übrigens Gruppe 5. Wir reiten sie auch noch ein bisschen zurück, damit sie nicht auch noch irgendwie aus Versehen zu Schaden kommen. Ich speichere nochmal. Alles klar, die sind unser. Nein, 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 Kanone. Du nicht. 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 Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja, das kann ich. So, sie ist unser. Dafür sind wir genau die Richtigen. Armee 1 plus ihr ist Armee 1. Position heiß. Ich hatte gehofft, wir würden die Truppen weit genug entfernt haben. Ach, hierhin können wir die auch zurückziehen. Ja, wo? Die Ruhe geben. Wird gemacht. Halt. Es beginnt zu regnen. Angriff! Jetzt kann die Kanone schießen. Ich tue mein Bestes. Weil sie sind nämlich noch nicht bereit. Mit dem Segen des Herrn. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greif... Was macht ihr da? Es ist Zahltag. Einer Ernst, was macht ihr da? So soll es sein. Wie ihr befehlt. Euer Wunsch ist die Befehle. Ich bin wortwörtlich überfordert. Attacke! Attacke! Oh, jetzt kann Helios werden. Das ist wunderbar. Aber gut, der ist abgefahren. Der Sommer kehrt zurück. Kanone jetzt hier runter. Euer Wunsch ist mir befehl. Und gib Ruhe. Wenn die Schützen ein paar Pfeile ausrutschen, dann ist es noch tragbar. Aber wenn die Kanone einmal reinschießt und die Truppen, die wir haben wollen, alle im Eimer. Natürlich. Wo ist Pfeilgum eigentlich? Warum bist du da hinten? Er ist ein Sperrträger. Zahlt, dann kann du mal kurz mal rübergehen, die Kanone reparieren.